Nach der Wettbewerbsflug, Platz 4. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Komm in den nächsten zwei Runden rein. And I'm a storm that's taking over. And I'm a storm that's taking over. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Kurzes Tempo. Kurzes Tempo. Wir glauben, dass das Auto vor dir noch ziemlich viel Spritmen gefordert hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das Auto hinter dir holt vor Runder eine halbe Sekunde auf. Eine halbe Sekunde. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standard-Drehzahl. Hintermann mit Standard-Drehzahl. Der Fahrer hinter dir gehört. Der Sch題. Musik Musik Hol dir diesen Platz zurück, los du schaffst es! Wir fehlen Gemisch 2, Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Denk beim Rausfahren an die weise Linie, sonst kriegst du eine Straße. Du bist auf harten Reisen. Noch ein Boxenstopp. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Wähl das magere Benzin-Gemisch. Magere Benzin, Gemisch 1. Geht euch gut. Pusch weiter. Geht euch gut. Pusch weiter. Wir sind in Sektor 1 schneller als das Auto vor uns. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Geht euch gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Sprit ist knapp. Wir müssen es jetzt erstmal ruhig angehen, damit wir uns eine Reserve schaffen und das Ende sicher erreichen können. Du darfst ihn nicht länger von ihm aufhalten lassen. Du musst an ihm vorbei. Untertitelung. BR 2018 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 Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Du hast jetzt einen neuen Satz Intermediate. Du musst nur noch einmal zum Stop kommen. Die Strecke fährt ein Vordermann auf dem Weih-Benz-Sparmodus. Seine Rüstenseiten werden etwas schlechter werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Wir haben ein wenig Sprit übrig. 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 Das Wetter wird nun bald besser. Innerhalb der nächsten Runden sollte der Regen vorbei sein. Jutes Tempo macht genauso weiter. Du verkleinerst die Lücke auf das Auto vor dir. Denk aber dran, dass deine Reisen noch den rechten Brennens halten müssen. Die Reisen von der Runden ist die Möglichkeit, die Lücke auf dem Weg zu nehmen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Untertitelung. BR 2018 Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Untertitelung. BR 2018 Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Untertitelung. BR 2018 Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020